Hier siehst du einen Papierstreifen, der in vier Abschnitte eingeteilt wurde. Drei davon sind gefärbt, also der gefärbte Anteil beträgt drei Viertel. Wir können jetzt den gleichen Streifen nehmen und den in zwölf Abschnitte einteilen. Und von diesen zwölf Abschnitten färbe ich jetzt neun Gelb. Das heißt, der gefärbte Anteil hier, das sind neun Zwölftel. Wenn du die beiden Streifen vergleichst, siehst du aber, dass der gefärbte Anteil jeweils gleich lang ist. Also drei Viertel scheint das gleiche wie neun Zwölftel zu sein. Und das ist auch tatsächlich so. Drei Viertel beschreibt den gleichen Anteil wie neun Zwölftel. Jetzt ist es natürlich oft so, dass man gerne mit kleinen Zahlen rechnen möchte. Also man möchte diese neun Zwölftel in die drei Viertel umwandeln. Das nennt man Kürzen eines Bruches. Man hat also neun Zwölftel und möchte irgendwie zu diesen drei Vierteln kommen. Was man beim Kürzen jetzt macht, man dividiert Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl. Also in diesem Fall kann man neun durch drei teilen und zwölf durch drei teilen. Und dann ergeben sich drei Viertel. Das heißt, wir haben diesen Bruch neun Zwölftel gekürzt und haben jetzt drei Viertel, einen einfacheren Bruch, der aber den gleichen Anteil beschreibt. Also was haben wir gemacht? Nochmal schriftlich. Ein Bruch zu kürzen bedeutet, Zähler und Nenner des Bruches werden durch dieselbe Zahl dividiert. Manchmal möchte man aber auch in die andere Richtung gehen. Also von drei Vierteln auf neun Zwölftel. Das nennt man Bruch erweitern. Du hast also drei Viertel und möchtest jetzt irgendwie zu neun Zwölfteln kommen. Hier multiplizierst du jetzt drei mal drei und vier mal drei. Also auch wieder mit der gleichen Zahl. Oben haben wir auch mit der gleichen Zahl dividiert. Jetzt multiplizieren wir mit der gleichen Zahl. Da kommen neun Zwölftel raus. Also ein Bruch erweitern bedeutet, Zähler und Nenner des Bruches werden mit derselben Zahl multipliziert. Und nochmal das Wichtigste, oben haben wir es gesehen, erweiterte und gekürzte Brüche beschreiben denselben Anteil. Drei Viertel beschreibt denselben Anteil wie neun Zwölftel. Wir üben das Ganze. Erweitere mit zwei. Wir fangen mal an mit dem Bruch ein Drittel und erweitern mit zwei. Das heißt, wir multiplizieren Zähler und Nenner mit der zwei. Einmal zwei und dreimal zwei. Das ergibt dann zwei Sechstel. Also ein Drittel ist das gleiche wie zwei Sechstel. Schauen wir es uns mal bildlich an. Hier haben wir ein Drittel. Und hier haben wir zwei Sechstel. Du siehst, weiße und gelbe Streifen sind jeweils gleich lang. Also ein Drittel beschreibt hier den gleichen Anteil wie zwei Sechstel. Wir probieren das Ganze mit einem anderen Bruch. Nehmen wir vier Fünftel. Wir erweitern wieder mit zwei. Das heißt, vier mal zwei und fünf mal zwei. Dann haben wir acht Zehntel. Hier ein Streifen mit fünf Abschnitten. Vier Fünftel wäre dieser gelbe Anteil hier. Und wir nehmen denselben Streifen nochmal, teilen ihn in zehn Abschnitte ein. Und haben hier jetzt acht Zehntel. Und du siehst, das beschreibt beides denselben Anteil. Also vier Fünftel ist das gleiche wie acht Zehntel. Wir probieren das Umgekehrte, das Kürzen. Und zwar sollen wir mit der Zahl drei kürzen. Und wir fangen mal an mit dem Bruch sechs Neuntel. Beim Kürzen dividierst du Zähler und nennen dadurch die gleiche Zahl. Also sechs geteilt durch drei und neun geteilt durch drei. Da bleibt zwei durch drei. Also zwei Drittel bleiben dann übrig. Wir können es auch wieder zeichnen. Ich mache hier einen Streifen, der ist neun Kästchen lang. Und teile ihn auch in neun Abschnitte ein. Sechs davon male ich an. Also hier haben wir sechs Neuntel. Und ich nehme den gleichen Streifen nochmal, teile ihn aber nur in drei Abschnitte ein. Und male zwei davon an. Also hier haben wir zwei Drittel. Und du siehst, sechs Neuntel ist das gleiche wie zwei Drittel. Nehmen wir noch drei Sechstel. Wir kürzen wieder mit drei. Also drei geteilt durch drei und sechs geteilt durch drei. Drei geteilt durch drei ist eins. Sechs geteilt durch drei ist zwei. Also drei Sechstel ist das gleiche wie ein Halb. So, hier habe ich es mal umgekehrt gemacht. Zwei Streifen gezeichnet und genau den gleichen Anteil angemalt. Du siehst hier, jeweils die Hälfte ist angemalt. Und ich kann jetzt entweder diesen Streifen in sechs kleine Anteile aufteilen. Dann haben wir hier drei Sechstel. Oder ich könnte es einfach nur in zwei Teile aufteilen. Dann haben wir hier ein Halb. Also ein Halb ist das gleiche wie drei Sechstel. Manchmal gibt es auch solche Aufgaben. Schreibe drei Fünftel mit dem Nenner 20. Was ist nochmal der Nenner? Das ist die untere Zahl. Oben ist der Zähler, unten der Nenner. Und du willst jetzt drei Fünftel so schreiben, dass da am Ende im Nenner Zwanzigstel stehen. Das heißt, hier musst du erweitern und du überlegst dir, mit welcher Zahl musst du erweitern, damit 20 rauskommt. Fünf mal vier ist 20. Also oben auch drei mal vier. Man erweitert immer mit der gleichen Zahl den Zähler und den Nenner. Dann haben wir zwölf Zwanzigstel. Drei Fünftel ist also das gleiche wie zwölf Zwanzigstel. Schauen wir uns noch an, wo es Probleme gibt. Wir gehen nochmal zum Kürzen mit 2 zurück und wir haben jetzt so einen Bruch wie 10 Neuntel und wollen den mit 2 kürzen. Also 10 geteilt durch 2 im Zähler und 9 geteilt durch 2 im Nenner. 10 geteilt durch 2 ist 5 und 9 geteilt durch 2, das geht gar nicht auf. Ich mache mal ein Fragezeichen hier hin. Kommazahlen oder so verwenden wir hier nicht. Das heißt, ich mache hier einfach mal einen großen Blitz hin. Das funktioniert nicht. Wir können 10 Neuntel nicht mit 2 kürzen, weil die 9 nicht durch die 2 teilbar ist. Man sagt dann, 2 ist kein gemeinsamer Teiler von 10 und 9. 10 ist zwar durch 2 teilbar, 9 aber nicht. Schauen wir uns die Teiler von 10 mal an. Das wäre ja die 1, die 2, die 5 und die 10. Das sind alle Teiler von 10. Und die 9 hat die Teiler 1, 3 und 9. Wir sehen also, gemeinsam haben die beiden nur die 1. Das ist ja bei allen Zahlen so. Die bringt uns hier aber nichts, weil wenn du mit 1 kürzen würdest, 10 durch 1 ist immer noch 10, 9 durch 1 ist immer noch 9, dann verändert sich der Bruch gar nicht. Du siehst, ansonsten gibt es keine gemeinsamen Teiler bei den Zahlen 10 und 9. Probieren wir es noch mit 8 Sechstel aus. 8 geteilt durch 2 und 6 geteilt durch 2. Das funktioniert beides. 8 durch 2 ist 4, 6 durch 2 ist 3. Also 4 Drittel ist das gleiche wie 8 Sechstel. Schauen wir uns auch hier nochmal die Teiler von den beiden Zahlen an. Also von Zähler und Nenner. Teiler von 8 wäre die 1, die 2, die 4 und die 8. Teiler von 6 wäre die 1, die 2, die 3 und die 6. Die 1 lassen wir jeweils weg. Und du siehst, die 2 ist hier ein gemeinsamer Teiler. Sowohl bei der 8 als auch bei der 6 taucht die 2 bei den Teilern auf. Und deswegen kannst du hier mit der 2 kürzen. Also dieser neue Begriff gemeinsamer Teiler beschreibt eben eine Zahl, die 2 andere Zahlen teilt. Also eine Zahl, die 10 und 9 teilt, gibt es nicht. Eine Zahl, die 8 und 6 teilt, das wäre die 2. Zum Abschluss kürzen wir noch den Bruch 12 Achtzehntel. 12 kannst du durch 2 teilen, 18 kannst du durch 2 teilen. Also haben wir 12 geteilt durch 2 und 18 geteilt durch 2. Das sind dann 6 Neuntel. Hier kannst du aber noch weitermachen. Die 6 und die 9, die sind beide durch 3 teilbar. Also kannst du schreiben 6 geteilt durch 3 und 9 geteilt durch 3. Wir haben also 2 Drittel. Jetzt gibt es keine gemeinsamen Teiler mehr. Die 2 und die 3 haben keine gemeinsamen Teiler, außer die 1 natürlich. Und diesen Bruch nennt man dann vollständig gekürzt. Das heißt, die einfachste Art, diese 12 Achtzehntel aufzuschreiben, wäre eben 2 Drittel. Kürzer geht es nicht mehr. Ein Bruch ist vollständig gekürzt, wenn Zähler und Nenner keine gemeinsamen Teiler mehr haben. Also wenn du hier beim Rechnen bist und es irgendwann nicht mehr weiter geht, du findest keine Zahl, die sowohl die 2 als auch die 3 teilt, dann bist du fertig, dann ist der Bruch vollständig gekürzt. Und ein Bruch vollständig gekürzt. Und das ist der Bruch vollständig gekürzt. Untertitelung des ZDF, 2020